Guten Tag, mein Name ist Kim Sauer auf dem dritten Innovationsforum in Böblingen. Ich begrüße heute bei mir Herrn Alexander Burgi von der Firma ASM. Herr Burgi, ich begrüße Sie. Sie sind aktiv hier dabei auf dem Innovationsforum mit einer Präsentation. Können Sie uns kurz darstellen, worum es dabei geht? Gerne. Ich habe von unserer Sparte ASM Assembly Systems Lösungen vorgestellt, damit unsere Kunden ihre innovativen Produkte in Zukunft noch schneller und effizienter fertigen können. Im Großen und Ganzen geht es darum, dass die Kunden mit unseren Lösungen ihre Materialflüsse weiter optimieren und miteinander vernetzen können. Wir bei C-Place haben dafür Lösungen im Bereich Rüstvorbereitung und im Bereich zur Senkung der Stillstände an den Linien entwickelt. Dabei haben die Kunden die Möglichkeit, unsere Software auch modular zu erwerben und damit auch mit ihren vorhandenen Systemen, wie zum Beispiel deren ERP-System, zu vernetzen. Welche Lösungen stellen Sie vor, um die Herausforderungen zu bewältigen und um weiterhin Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten? Wir stellen unseren Kunden hier Hardware-Lösungen in Kombination mit unseren eigenen Software-Lösungen vor. Da die Kunden heute vor der Herausforderung stehen, bei immer kleinerwerteren Losgrößen immer öfter auch umrüsten zu müssen. Und um diese Materialflüsse in der Produktion weiter zu optimieren, bieten wir eine Vielzahl von Lösungen. Und zuletzt ein paar Statements zum Event an sich. Was sind bisher Ihre Eindrücke und was waren Ihre Ziele für das Event? Das Schöne an diesem Event hier beim Innovationsforum und Böbling ist, dass wir unsere Lösung auch einem breiteren Publikum vorstellen können. Und wir haben hier zusätzlich die Möglichkeit, uns mit vielen Kunden zu treffen, uns auszutauschen, auch über Innovationen von anderen Anbietern zu sprechen. Herr Burgi, vielen Dank für Ihre Zeit und weiterhin noch viel Erfolg auf dem Event. Danke. Dankeschön.